So, damit begrüße ich euch hier zum ersten Übersichtsvideo der Rhein-Ruhrkarte. Ja, was hat sich denn Großartiges geändert zum letzten Video, das dann wirklich schon einige, einige Monate zurück ist. Und deshalb möchte ich euch heute nochmal einen kleinen Überblick über die Rhein-Ruhr-Map geben. Und zwar habt ihr ja jetzt in dem Sechsteiler den Umbau des Essener Hauptbahnhofs gesehen. Und den seht man zum Beispiel hier. Das gefällt mir jetzt schon ziemlich, ziemlich besser als das ganze, als das Konstrukt, was davor da war. Und ich bin gerade noch am überlegen, ob ich den Hagener Hauptbahnhof auch nochmal umbaue. Gerade im Angesicht der Bahnhofassets. Und ja, das Ganze werde ich mir dann aber nochmal offline überlegen und werde euch dann alles mitteilen. Und ja, wie gesagt, der Umbau des Essener Hauptbahnhofs reichte zum Beispiel hier links bis nach, ähm, bis nach Essen-Aquatschnee hier, bis nach Mülheims-Dürum. Und, ähm, ich habe hier noch Essen-Borbeck eingebaut. Ich habe die Streckenführung ein bisschen geändert. Und habe dann hier im Osten, ähm, Essen-Cray-Nord und Essen-Stele und Stele-Ost komplett neu gebaut. Habe auch hier schon die ein oder andere Straße reingesetzt, einfach um zu sehen, äh, wie das Ganze so von der Höhe her passt. Habe hier die, fast die komplette Linie S6, äh, tiefer gelegt. Ähm, man hat gesehen, dass es etwa so das frühere Level gewesen. Ich habe alles so etwa ein paar Meter über, ähm, über Wasserhöhe eingebaut. Denn ich habe bei Google Earth gesehen, so viel Unterschied zwischen, ähm, Fluss- und Gleisstrecke besteht ja gar nicht. Ähm, habe dann hier, wie in der Realität auch den eingleisigen Tunnel, da habe ich jetzt leider den Namen vergessen, tut mir leid, ähm, den eingleisigen Tunnel eingebaut. Und, äh, ich habe mir dann halt wirklich gesagt, weil ich, wo ich halt damals angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte ja später viel Betrieb auf der Strecke haben. Und habe dann zum Beispiel gerade so eingleisige, so kurze eingleisige Strecken, ähm, außen vor gelassen. Einfach deshalb, weil es dann totalen Stau geben würde. Aber so nach einer Zeit habe ich dann einfach so gesagt, ja, ich werde dann, äh, weniger Fahrzeuge draufsetzen. Aber ich möchte gerne die Streckenführung realistisch haben. Und ja, ich habe auch an der, ähm, Signalsetzung ein bisschen, äh, herumgebastelt. Und zwar hat es mich immer genervt, ähm, dass die Signalfolge ein bisschen kurz ist. Und habe zum Beispiel auch hier bei der Strecke der S6, wo ja letztenendlich nur diese S6 fährt, äh, den Signalabstand natürlich erhöht. Und habe immer ein Vorsignal eingebaut, Vorsignalwiederholer, ja, die, ähm, Täfelungsschilder. Dass halt nicht immer ein Hauptsignal, äh, sozusagen, dass nicht das Vorsignal immer am Hauptsignal klebt. Einfach den Signalabstand erhöht. Einfach nachher auch für die Mitfahrten, dass es da ein bisschen realistischer aussieht. Und, äh, habe hier bei SNW dann das dritte Gleis hier eingebaut. Das habe ich bei, ähm, bei Google Maps gefunden. Und habe das dann einfach hier eingebaut. Und habe gedacht, ja, wieso nicht? Und, äh, wie gesagt, hier Essen, Stehle wurde komplett auch umgebaut. Ihr seht hier, wir haben hier zwei normale Bahnhöfe. Und dann habe ich hier noch mit den Assets weitergearbeitet, damit ich halt die S-Bahn hier drin halten lassen kann. Die ja, ähm, letztenendlich 140 Meter hat. Ah, habe dann hier die Überführung zur S9 Richtung Wuppertal gemacht. Hier über die Ruhrbrücke. Und, äh, da wird ja auch etwa die Vanessa jetzt gerade sein. Äh, Grüße an dich, liebe Vanessa. Ähm, so sieht das Ganze aus, wenn es nicht dekoriert ist. Und, ähm, ja, das war im Grunde der ganze Umbau von dem Essener Hauptbahnhof. Ich hoffe, der gefällt euch so, wie er jetzt ist. Ich habe versucht, alles zu, äh, alles reinzubauen, wie, was nur geht, ja. Was ich nicht reingebaut habe, ist Gleis 5, weil das ist überhaupt nicht belegt. Das habe ich dann einfach weggelassen, ja. Aber ich habe hier das Stumpfgleis, das Gleis 9 und hier das Stumpfgleis, das Gleis 8 reingebaut. Habe hier die, ja, das kleine BW, sage ich mal, hingebaut. Hier noch ein paar Abstellgleise. Und, ähm, ja, habe hier die Streckenführung noch ein bisschen geändert. Mühlheim, äh, an der Ruhr wurde komplett umgebaut zu einem kurvigen Bahnhof. Äh, der war ja früher auch gerade. Und, ja, habe das alles ein bisschen verbessert und auch, ähm, neu angebunden. Ja, beispielsweise hier oben habe ich die Bahnhöfe verkürzt, weil damals wusste ich ja nur nicht, dass es, dass die S-Bahnen dort oben im Rhein-Ruhr-Gebiet, äh, einteilig fahren. Also habe hier oben auch die, äh, Bahnhöfe angepasst. Aber das waren alles so, so kleinere Arbeiten, ähm, was so jetzt ein bisschen die letzte Zeit offline passiert ist. Äh, ich kann ja euch mal kurz hier das Display einschalten. Die ganzen Signale habe ich dann noch hier in diesem Bereich die letzten Tage gesetzt. Und habe heute ein bisschen an Bochum auch mit den, ähm, mit den Bahnsteig-Assets hier, äh, weitergebaut. Denn ich habe hier bemerkt, ich habe ja hier bloß einen 320-Meter-Bahnhof drin und muss ja jetzt ja hier irgendwie meine Doppeltraktion ICE 4 reinbekommen. Und, ähm, ich finde das halt auch realistisch, dass es hier so, so schmal anfängt mit dem Bahnsteigen, dann halt wirklich zu so einem Breiten dann übergeht. Und, ähm, dort habe ich dann mit Hilfe von den Spitzkehren dann meine 400 Meter erreicht. Das finde ich dann ziemlich cool, was man da mittlerweile auch mit den Bahnhofsassets, wie gesagt, machen kann. Das, das erleichtert wirklich so einiges. Und, ähm, werde dann die nächsten Tage hier noch Gelsenkirchen umbauen. Das gefällt mir auch noch nicht. Ich habe bei Google Maps eine Mitfahrt gesehen. Da stimmen die, äh, Gleisgeschwindigkeiten noch nicht ganz. Die Kurve wird wahrscheinlich etwas steiler sein. Und, dann wäre es das erstes, äh, erst mal mit den Gleisarbeiten. Wie gesagt, Dortmund und Düsseldorf werden dann irgendwann später folgen. Hier unten. Und ich habe mittlerweile alle Städte gekillt. Wir haben null Einwohner auf der Stadt. Und werde mich nach den, äh, kleineren Gleisarbeiten dann wirklich mal an die Dekoration wagen. Und werde da wieder weiterhin, ähm, in Duisburg anfangen. Ähm, erst mal so im Bereich des Hauptbahnhofes. Äh, wie ihr hier seht, ich habe hier schon mal die Hauptstraßen hier, die Autobahn, ähm, schon etwas, schon gelegt. Und, äh, auch hier die größere Stadtstraßen sind etwa mit Google Maps nachgebaut. Wie gesagt, der Platz hier ist eigentlich viel, viel, viel größer, weil der Bahnhof hier total falsch platziert ist. Ja, und habe dann halt die kleineren Straßen irgendwie reingelegt. Äh, so, dass es halt ein bisschen Sinn macht. Und werde mich dann, wie gesagt, die nächsten Tage ans, äh, Ausschmücken machen. Dann wird hier wahrscheinlich dann Duisburg entstehen. Und, äh, ich habe mich dann, äh, auch noch entschlossen, dass ich jetzt dieses Rhein, die Rhein-Ruhr-Map wirklich mal aktiv weiterarbeiten möchte. Und möchte, ähm, für euch ein bis zweimal in der Woche ein Video präsentieren, wo ich so den aktuellen Stand der Rhein-Ruhr-Map euch zeigen werde. Ja, das wird dann wahrscheinlich die nächste Woche noch nicht so, ähm, noch nicht so viel sein. Denn da sind ja noch, wie gesagt, die Gleis, äh, Arbeiten. Vielleicht schon die ein oder andere, äh, Grundsteinsetzung, ja, hier in, äh, Duisburg. Die Bahnhofsausschmückung, sag ich mal so im Groben. Ähm, lasst euch einfach mal überraschen. Und ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr weiterhin einschaltet. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und lasst doch mal gern, äh, ein paar Bemerkungen in den Kommentaren da, was ihr so, ähm, im Grunde für ein paar, also was ihr für Wünsche habt. Ob ihr jetzt irgendwo, ich sag mal, im Ruhrgebiet wohnt. Und, äh, ob da jetzt irgendein, irgendein Gebiet, äh, speziell ausdetailliert werden soll. Ähm, ich, ich beschränke mich jetzt da mal rein um die, äh, um die, um die Schienentrassen. Das heißt, hier ringsrum um die Schienen wird dann dekoriert. Ob ich jetzt hier, sag ich mal, die freie Fläche, ob jetzt hier auch irgendeine Stadt ist oder so, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich das, ähm, bauen werde. Weil, äh, wie gesagt, ich möchte mich ja hier auf den Schienenverkehr, ähm, konzentrieren. Aber das Ganze werdet ihr dann in den nächsten Videos erfahren. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich sage dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.